hidden preferent spezial hallo meine lieben freunde der neunten kunst wie ihr seht seht die einen riesigen haufen an sandman comics und sekundärliteratur sennell ist ein werk was mich wirklich schon sehr sehr lange in meiner eigenen comic geschichte begleitet und geprägt hat wie kaum eine andere sache und Und Sandman ist der Comic, die Graphic Novel, die mir von allen Werken am allerliebsten ist. Und ich habe jetzt sträflicherweise vernachlässigt, Reviews zu den einzelnen Sandman-Bänden zu machen. Und ich würde das ganz gerne nachholen und euch etwas in diese Welt einführen. Und zwar, wir haben diese ganz normalen Deluxe- oder Softcover-Ausgaben, die ihr kennt. Wir haben einiges an Sekundärliteratur, wie beispielsweise von dem Leslie S. Klinger oder auch verschiedene Cover- oder Bildinterview-Material-Bandsammlungen oder auch das aktuell erschienene Sandman-Universe. Und das würde ich euch gerne in den nächsten Folgen einmal etwas näher bringen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, habt ein bisschen Spaß daran, weil Sandman ist so etwas Besonderes, das sollte nicht unberücksichtigt bleiben. Ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass ich jedes Mal am Samstag um 9 Uhr auf Sendung gehen werde und dort etwas zum Sandman vorstellen werde. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, freut euch darauf. Wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Reverent. Reverent Spezial.